Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Heartstone! Ich bin SirPyronAbi! Ja, ähm, letzte Runde habt ihr meine neue Karte gesehen, Alakir. Ähm, mal schauen, wie es diese Runde wird. Wenn wir jetzt gewinnen, steigen wir in den Rang auf. Yeah! Partyheart! Zwei Dingens haben wir schon gewonnen. Wir müssen noch drei Siege machen, dann haben wir wieder eine Quest für Acht-Tier. Und danach zeige ich euch dann wahrscheinlich mal den Adventure-Mode. Den habe ich schon durchgezockt, aber ihr könnt ihn trotzdem mal sehen. Worthy Opponent. Versus... Gegen Jaze spielen wir. Or dead. Doomhammer. Doomhammer. Nö. Äh, ja, ja. Nö. In Golden. Ja, natürlich! Aber wenigstens klaut er mir keine Karten. Das ist doch schon mal Alakir und Dingens gleichzeitig. Guckt euch das an, wie viele Effekte nebendran aufgezeigt werden. Ähm, ja. Gut, dann rufen wir nächste Runde Mana Teiltote. Oder auch nicht. Oder doch, oder nicht. Oder doch, oder nicht. Ah, doch. Rufen Wölfe. Da muss er sich selber Schaden machen. Oh, die sind golden, Alter. Die sind so mega sexy, ne? Ich denke mal. Ja, zwei Damage für dich. Und, sisters, watch over me. Okay. Das haut mich jetzt ein bisschen raus, aber ist egal. Oh man, oh man. Hmm, machen wir noch. Ähm, ja wir machen folgendes, so, was heißt der muss den Opfern, sein Enraid Vieh, um den zu killen, oder er greift direkt an, beides ist mir recht. Egal wir haben nächste Runde 5, jojo mach du mal. Okay, ja das ist nicht so schlimm, ah cool, ähm, bauen wir mal eine Verteidigung auf, das heißt er muss zwei Opfern. Oder Destroy a Damaged Minion, ach fuck, das hat der ja auch noch, egal. Destroy a Damaged Minion, ja. Ah, bitter, 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 läuft gerade nicht. Ach, deswegen hasse ich den so, ne. Manatei total, wenigstens ne Karte ziehen. Äh, vier, neun Damage macht er mir, dann hab ich nur noch neun, das ist nicht gut. Das ist jans und ja nicht gut. Ähm, it's time for a little blood. Is time for a little blood. Nice. Er macht da sogar noch fünf, äh, vier Damage. Aber das ist okay. Ähm, was mach ich jetzt? Nächste Runde wüsste ich, was ich machen kann. So, Armani Berserker erstmal weg. Der killt jetzt den 6-5er. Oh, Charge und Enrage plus 6. Ja, gg. Der ist gelaufen. Krass. Ja, gute Karte. Hat er gut gemacht. Well played. Jetzt haben wir schon wieder ein Sternchen verloren. Nein. Ja, wir haben zu viele Hohe am Anfang gekriegt. Das war nicht gut. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, viel Spaß. Tschaui.